hey leute willkommen zu einem neuen video und zwar zu einer runde endergames und es ist so komisch gerade eine ansage zu machen das gefühl ich habe hier gerade alles voller smarties in meinem mund oh mein gott auf jeden fall hatte ich gerade mal wieder lust ein minecraft video aufzunehmen und das sollte eigentlich schon viel eher kommen aber hey ich bin faul und ja also hoffe ich mal dass die runde was wird das ist so ich weiß nicht weil ich das letzte mal minecraft gespielt haben das gerade wieder dezent ungewohnt das aufzunehmen ja vielleicht haben einige von euch ja mitbekommen dass ich die letzten tage eigentlich gefühlt jeden tag gestreamt habe das macht man dann richtig viel spaß und ich freue mich auch über jeden der immer zuguckt also ich weiß nicht weil sie die glocke noch nicht aktiviert habt und meine streams nicht verpassen wollt dann könnt ihr es ja gerne noch machen würde mich auf jeden fall mega freuen jetzt wo wir das so am anfang des videos sind die meist noch nicht abgeschaltet haben falls ihr noch kein like da gelassen hat dann würde mich das natürlich auch sehr freuen weshalb ich irgendwie erst recht so den streams merke ich wie das eigentlich abgeht mit den likes wenn man das mal so erwähnt dass einfach so krass waren generell die streams momentan ich kann einfach nicht drauf klar und weiß nicht momentan habe ich einfach wieder mega viel spaß und ich bin momentan auch an überlegen ob ich ein zwei stunden zu machen soll also falls ihr bock habt auf ein zwei stunden live stream dann werde ich zocken labern vielleicht scribbly oh vielleicht cisco halt das worauf ich lust habe in dem moment kann ja mal in die kommentare schreiben wie ihr die idee so finden würde dann gehe ich eigentlich auf ihn los nein was ich weiß weil jetzt nicht wie ich ihn bekommen habe aber okay ich akzeptiere das jetzt einfach mal hoffe jetzt einfach dass ich geportet werde das ding ist locker werde ich gleich dahin geportet und bin dann direkt tot was ich eigentlich ansprechen wollte ist dass ich eine neue facecam bekommen habe ja ich habe die jetzt schon länger aber irgendwie bin ich nicht gott er dazu gekommen ein video zu machen vielleicht dachte man brennt länger ja auf jeden fall hatte ich ja so am anfang so ein bisschen meine probleme mit der facecam und irgendwie habe ich das gefühl dass sie gerade immer noch nicht ganz synchron ist ich weiß es gerade nicht man falls nicht und tut mir leid das liegt aber irgendwie auch an meinem pc habe ich das gefühl weil manchmal geht es ja und die facecam an sich ist ja gut und ja muss jetzt erst mal regen in der hoffnung dass ich hier die runde noch gewinne danke auf jeden fall an laser dass sie mir die facecam gesponsert haben ja ist wie gesagt schon ein bisschen länger her aber ich würde das video trotzdem noch gerne machen einfach so als kleines dankeschön weil ich echt froh bin dass ich diese möglichkeit dazu habe ja und danke natürlich auch an euch weil ohne euch hätte ich diese möglichkeit gar nicht erst ist einfach so krass man das eben alles abgeht und weiß nicht manchmal ist ein glaube ich gar nicht so bewusst was man ich weiß an sich habe ich ja noch gar nicht so viel erreicht so klar an sich sind 40.000 abonnenten viel aber irgendwie auch nicht aber irgendwie habe ich auch schon so viele möglichkeiten bekommen die ich so niemals so bekommen hätte und keine ahnung ich finde es einfach cool mein maus spinnt wieder weil ich brauche echt bessere sachen in mein pc und auch gerade oh mein gott alter was war das alter vielleicht wird die runde ja doch eher was als gedacht ich habe zwar erst zwei kills aber irgendwie was war das gerade ich hatte wie gar keine rüstung in der voll die gute rüstung und ich habe irgendwie geklatscht ich weiß noch nicht wie aber okay stimmt ich kann mir gleich noch bessere dia sachen machen und es tut mir leid ja ich weiß meine tostatur ist laut bevor mir ist jetzt wieder tausend leute in die kommentare schreiben ach gott ich kann gar nicht verzaubern super empfiehlt ein level ich denke aber auch irgendwie kann ich das ding auch benutzen denk aber irgendwie auch nie dran meine sachen zu verzaubern der typ hat richtig bock auf das game ja doch mehr bock als gedacht ach nein ich weiß nicht ender games komisch so manchmal kann ich einfach heulen weil es zu nervig ist und jetzt gerade ist wir komisch ich weiß nicht das leben noch vier spieler eigentlich weil ich mir jetzt der sachen kraften aber ist mir jetzt gerade zu riskant okay versuchen den jetzt noch zu töten das liebe ich also an ender games mensch ach ja jetzt verzaubern was ich euch übrigens auch noch fragen wollte zum thema live stream was gefällt euch denn momentan mehr bei mir so laber streams oder er so streams wo ich zocke weil ich irgendwie spiele ich auch nur minecraft und ja ich weiß nicht ich würde mich mal interessieren was ihr momentan so mehr feiert könnt ihr ja mal gerne in die kommentare schreiben und auch warum und ja weil ich persönlich finde einfach kam so laber streams momentan absolut chillig kann einfach so ganz gechillt vor facecam setzen durch tor und direkt auch die nachrichten eingehen habe ich auch noch manchmal minecraft spielen wenn ich halt bock drauf habe aber ja ich bin gespannt sowieso wir waren beim minecraft würde ich natürlich auch nicht so im hintergrund stehen lassen weil eigentlich bin ich ja minecraft kanal und viele wollen ja auch noch mein kopf sehen ich werde auch öfters noch danach gefragt ich weiß auch dass viele von euch momentan die live streams absolut feiern also wo ich mir laber und so halt einfach weil weil ich da halt direkt auf jede nachricht eingehen kann und ihr halt direkt eine antwort bekommt und auch über die meisten themen laber und keine ahnung also ist auf jeden fall nice habe ich mir nicht gerade oh mein gott das ist mein tod doch nicht komm bitte na ich will mich jetzt nicht selbst töten nein 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 das ist ja so typisch man hat so eigentlich eine echt gute runde und dann ist man so einmal in seinem leben dumm anstiert man deswegen als auch man ja eigentlich sollte das video sowieso nur ein kurzes video sein gleich kommt bachelorette in elf minuten das wollte ich auf jeden fall noch gerne gucken das finale morgen kommt das video hoffentlich online ja wenn euch das video gefallen hat dann will ich mich natürlich sehr über eine positive bewertung freuen schaltet auf jeden fall auch die glocke an damit ihr immer eine benachrichtigung bekommt würde mich auf jeden fall freuen bis nächstes mal haut rein und ciao